Hallo meine lieben Leute, mein Name ist Alex Denervist und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und wie gesagt, willkommen zu meinem Channel, CaptainAlexStars94 Ich freu mich, dass ihr angeschätzt und diesmal wollte ich ja über YouTube sprechen Ich meine, ihr wisst ja, YouTube ist ein sehr principler und sehr guter Plattform für uns als Creator und als Gamer und als Entertainment Channel YouTube will einfach nur die Dislikes komplett entfernen Ich meine, um ehrlich zu sein, Leute, das finde ich ja echt total unlogisch, was die YouTube Creator gemeint hat Aber warum, Ladies and Gentlemen, warum will YouTube die Dislikes nicht sehen? Um ehrlich zu sein, Leute, ich finde das Update ein kleines bisschen übertrieben ist Also, wenn ich mal wirklich ganz ganz ehrlich bin Also, manchmal, YouTube baute echt solche weird updates schon seit heute uploadet von gestern und ich kann einfach nicht fassen, warum YouTube einfach nur die Dislikes entfernen Nun, damit die Leute nicht sehen so Moment mal, wie viel Dislikes habe ich hier? Nö! 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 Keine Dislikeszähler, es ist einfach nur verschwunden Einfach, fit for Also, einfach nur Also, ganz ehrlich, Leute YouTube machte echt total einen Flop Flop bei dieses Update Und, äh, ich finde das Um ganz ehrlich zu sein, ich finde die Update ein absolut Ein total Absolut Unglaublich Unglaublich Unlogisch Also Also, ich meine, kommt schon YouTube Ich meine, ich meine, ja Ja, du wolltest ja gerne mal Äh, den Update Verbessern für YouTube Das kann ich ja gut verstehen Aber, aber die, aber die Dislikes zu entfernen? Ich meine, komm, komm schon YouTube Wir wissen, wir wissen beide, wir wissen beide genau, dass, äh, dass es total unlogisch ist Also, ganz ehrlich, Leute YouTube machte echt solche wacky Updates Und, äh, ich finde das echt einfach mega unlogisch Und, ja Leute, ja Leute Was, was meint ihr eigentlich? Findet ihr, findet ihr den YouTube-Update von den Dislike-Entfernernern ein bisschen, ein bisschen übertrieben? Lasst mich mal gerne wissen in den Kommentaren below Das wird mich ja echt total interessieren Und, äh, ja, ich finde, ich finde den YouTube Ich finde das Update von YouTube, finde ich ja echt total mega unlogisch Ja, Leute Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für dieses Video Äh, falls ihr gerade neu seid in meinem Channel Abonniere meinen Captain, Alex, das für den neuen Segal-Channel Ihr, ihr findet das, äh, in der Beschreibung Und, äh, vergesst, vergesst nicht zu liken dieses Video Und, äh, vergesst nicht auf die Notification nachzuschneiden Und sei, sei immer der Part der Captain, Captain Squad Und, ja, wir sehen uns bestimmt in, in dem nächsten Video wieder Bis dann und Ciao 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 Ciao